Ich bin Hans-Joachim Woizig, Bürgermeisterkandidat der Zentrumspartei für Dormagen. Wenn ich Bürgermeister werde, dann wird endlich auf die Finanzen unserer Stadt geachtet und Bauprojekte ordentlich geplant und umgesetzt. Schüler und Lehrer sollten nicht in Dauerbaustellen sitzen. Außerdem will ich die schwindenden Grünflächen schützen und dafür sorgen, dass weniger politische Entscheidungen in Dormagen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ich möchte die Menschen mitnehmen. Dazu gehört ein offener Dialog, bevor Entscheidungen getroffen werden.